...neu, dass man das weiß. Und da fängt mein Geschäftsmodell an. Wir haben das Problem, Zivilisationserkrankungen nehmen immer mehr zu. Und zwar alle Möglichkeiten, wie in LMS, in Herz- und Reislauf-Erkrankungen, Leukodermitis, Verdauungsprobleme, rheumatische Erkrankungen. Es gibt gerade in diesem Moment, seit wenigen Jahren, erste Möglichkeiten und Ansätze herauszufinden, wie genau diese Larmbatterien mit unserer Gesundheit bzw. mit den Ursachen von Krankheiten zusammenhängen. Und damit eben auch Chancen auf ursätzliche Heilung. Also, es ist so. Wenn wir mal genau auf unserem Probeium gucken, dann sehen wir im besten Falle, dass da viele gute Qualitäten sind, die uns unser System fördern, stärken und am Laufen halten. Immunprozesse, die Bildung von Hormonen, die Bildung von Vitaminen, sogar das Serotonin, das ist unser Glück, warum unser Probeium 80% im Darmgebild ist. Das ist ein wenig deutlich. Wenn da was nicht in Ordnung ist, dann kommt die Person nicht zum Beispiel, dass wir das verschwinden. Also, man weiß viel darüber. Es gibt gute und unzuträgliche Bakterien. Das sind Bakterien, die führen sogar dazu, dass die Darmwände sich öffnen und Produkte, die da gar nicht hingehören, durch die Darmwände in unseren Körper kommen. Und das ständige, ja, sein und sein ist da welchen jetzt. Man hat einen ständigen Entzündungsprozess, davor muss man sich ja ständig das Immunsystem beschäftigt und viel leidet. Man kann damit umgehen, man kann es analysieren und man kann es bearbeiten, aber leider ist, dass bearbeiten und analysieren für normalstärkliche Dessert überhaupt nicht zugänglich ist. Also, entweder man geht zum Arzt und in der Rede weiß der Hauptarzt überhaupt nichts darüber, denn spezialisierte Gastroenterologen, also Leute, die mit Darm und Magen und Brunnen wie beschäftigt sind als Ärzte, kennen teilweise nicht die neuen Ergebnisse in dem Bereich, weil das immer noch nicht in Deutschland findet. Das heißt, dass wo der Hausärzte weiß das überhaupt gar nicht, sondern so weiter sind die Introms bezogen und die, den in die Füße, das ist wie jetzt, die lassen sich sehr teuer bezahlen. Also, die Privatärzte nehmen für einen Zyklus, Analyse, Beratung, Therapie und so weiter an die 2.000 Euro und dann können sich die meisten Leute nicht leisten, wie man statistisch gesehen, die Leute eher kränker sind, die weniger Geld haben. Und das ist mein Ansatzpunkt. Ich möchte, dass die Chancen und Möglichkeiten demokratisieren und ich möchte als Warnfloristin Zugang zu Ursachen bearbeiten, die sich für alles ermöglichen. Und was ziehe ich an? Ich biefe einmal einen Input, damit die Leute selbstbestimmt an die Sache herangehen können. Ich biefe einen Test auf wissenschaftlichem Niveau, also Test, die sonst in wissenschaftlicher Forschung und in spezialisierten Kliniken angeboten werden. Ich gebe das Erlebnis raus und erkläre es auch, damit die Leute wissen, was ist da los in meinem Namen, was ist fehlen, leitet, was nicht. Ich gebe Empfehlungen und ich biefe Produkte an. Zusätzlich kann man einkaufen, Befreuung nach, Befreuung und Beratung. Und es wird auch zusätzliches. Und weil ich bestimmte Ansprüche habe, habe ich eine eigene Produkte hier am Start, die ist noch nicht fertig, aber das ist sehr klar. Und ich habe damit angefangen, die logisch an Bio-Signal, veröffentlicht und kostengünstiger ist, als vier Produkte auf dem Markt, vegan, t-frei und quasi lebensdörflich kalträgliche Behandlungsangebote. Meine Alleinstellungsmerkmale? Endlich, ursachenbezogene und individualisierte Angebote. Es gibt ähnliche Angebote, die sind aber nicht individualisiert. Man macht irgendwas mit dem Damenrum und lässt dabei außerab, dass jede Darmsteller von jedem Menschen unterschiedlich ist und dass jeder andere Probleme und somit auch andere Verhandlungen hat. Ich ermögliche die Eigenverantwortung für die Gesundheitsförderung. Diese Eigenverantwortung sind ja auch in Paketangebote. Wie gesagt, die reduzierte Lebensqualität, die Produktion ist fair und sicher in der EU, das ist auch wichtig. Es gibt sogenannte Probiotika. Die werden in China hergestärkt, durchaus von Vorteil des Gelbens. Aber die unterliegen keiner mehr. Das heißt, erstens sind da zum Teil Bakterien drin, die ihnen natürlicherweise gar nicht in unserem Land vorkommen. Und zweitens gibt es noch nicht in der EU, die mutieren. Und da gibt es ja keine richtigen Hinweise darauf zu achten. Es gibt auch keine wahren Täter, für dass solche da nicht drin sind. Deshalb ist das Position in der EU und in Deutschland. Dazu tagesaktuell ist anzustimmen. Also das wäre jetzt auch mal eine Woche oder einen Monat dauert. Aber aktuelle neue Forschungsergebnisse stellen allen zur Verfügung, damit jeder Zugang hat zu diesen Informationen, wo die ersten Generationen da ist, die wir darauf zu gehen haben. Und zuletzt... ... ... ... ... ... ... ...